Hallo, hier ist Florian Rackel und es ist wieder einmal Zeit für ein News-Video, für ein Channel-Update, damit ihr wisst, was diese Saison so passiert ist, was kommen wird jetzt im Winter und was nächste Saison geplant ist. Als allererstes möchte ich mich euch wieder bedanken bei euch. Ihr seid diejenigen, die meine Videos so zahlreich schauen, die meinen Kanal abonnieren, die mich in dem, was ich mache, auch bestätigen. Viele von euch sind auch über die Saison zu mir gekommen, zu den Golfreisen, zu Privatunterricht und wir haben hier wirklich ganz, ganz tolle Trainingserfolge zusammen erreichen können. Es war eine super Saison, was das angeht, sei es Videobereich, sei es der Unterrichtsbereich, sei es die Golfreisen. Es war wirklich eine super, super Saison und ich möchte mich bei euch dafür bedanken, die mit mir da dabei waren. Ganz wichtig für den YouTube-Kanal, was passiert jetzt in dieser Jahreszeit und über den Winter? Es ist so, dass wir das Race to Woodfire ja noch nicht beenden konnten, weil ja krankheits- und verletzungsbedingt Blitzi und Spechti mal ausgefallen sind. Wir haben jetzt Match 2 bereits gespielt, solltet ihr das noch nicht gesehen haben, ich blende euch den Link oben ein, das könnt ihr euch anschauen. Wir werden diese Serie in den Winter hineinziehen. Das heißt, wir werden jetzt im Oktober noch Match 3 und Match 4 filmen und werden dann das Finale werden wir am Gardasee filmen. Und das wird um Neujahr herum sein, wenn wir das Finale spielen werden. Und ich glaube, das ist auch ein super Programm für die Wintersaison, das ihr auch bestmöglich unterhalten werdet. Also Race to Woodfire wird definitiv jetzt in den Winter hineingezogen und wird euch hier hoffentlich sehr, sehr gut unterhalten. Die Rückmeldungen von euch sind ja richtig, richtig cool und es macht auch immer sehr, sehr viel Spaß, diese Videos mit den zwei Jungs zu machen. Weiters ein großer Punkt diese Saison war meine Premium-Webseite, meine Online-Video-Coaching-Seite. Ende März gestartet diese Saison mit zahlreichen Technik-Videos in verschiedenen Rubriken, um euch das Training zu erleichtern. Die Website ist viel besser angekommen, als ich es vermutet hatte, was mich natürlich sehr, sehr freut. Sehr, sehr viele Erfolge oder Erfolgsgeschichten wurden mir da auch mitgeteilt, dass die Sache funktioniert, dass diese Website super aufgebaut ist, dass die Videos sehr gut sind, um selber zu trainieren. Der Coaching-Plan, der bereits online ist, vom Slice zum Draw, war ein absoluter Knaller und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, denn da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt, um euch bestmöglich helfen zu können und die Rückmeldungen von euch, die waren wirklich gewaltig. Vielen Dank dafür. Für all diejenigen, die sich meine Online-Coaching-Seite noch nicht angesehen haben. Macht das, das Abo ist nicht teuer und es ist absolut ein Upgrade von YouTube, dann quasi eine Stufe drüber und auch für all meine Schüler oder all meine, ja meine Schüler, die bei mir waren, auch die, was von weiter weg waren und nicht jeden Tag oder jede Woche bei mir sein können, ist es ein super Zusatz, um wirklich euer Golf zu verbessern und bestmöglich trainieren zu können. Die Website generell wird ja immer erweitert mit neuen Videos und nächstes Jahr, zu Beginn der Saison, wird die Website um eine komplette Funktion erweitert. Das heißt, die Videos, das Content, wird um circa das Doppelte erweitert schon zu Saisonbeginn. Es sind jetzt schon über 90 Videos drauf, da kommen natürlich auch immer weiter neue dazu. Es beginnen die Dreharbeiten bereits in zwei Wochen, ja, da wir natürlich vorarbeiten für die nächste Saison, da sehr viel geplant ist, um euch das Trainieren noch zu erleichtern, noch euer Spiel einfach zu fördern und besser zu kriegen über diese Plattform. Schaut rein, auch im Winter wird es jetzt eine eigene Coaching-Serie geben, einen Coaching-Plan geben, wie ihr im Winter euren Schwung verbessern könnt und das auch teilweise von zu Hause. Ich werde das ersetzen mit dem noch ausständigen Coaching-Plan für Handicap 36, der wird auf das Frühjahr verlegt und es wird eine Coaching-Serie geben, wie ihr daheim im Winter trainieren könnt, auf Range und zu Hause gemischt, wie ihr im Winter trainieren könnt, um euer Spiel zu verbessern und im Frühjahr so gut wie möglich rein starten zu können. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut rein, es lohnt sich definitiv. Gut, dann kommen wir zu dem ersten Punkt, der wirklich schon den Winter betrifft, an Programmpunkten meiner Golfschule betreffend. Und zwar gibt es natürlich wieder Golfreisen. Ich mache im November noch eine Golfreise nach Portugal, in das Penina Golf Resort, das ist auch an der Algarve unten, ganz im Süden. Ich habe noch Restplätze frei, allerdings der Nennschluss ist, der letztmögliche Meldetag ist der 9. Oktober. Also gibt es noch Leute oder gibt es noch Spieler von euch, die mitkommen wollen, die an dieser Trainingswoche teilnehmen wollen mit Abschlussturnier, so als richtiges Season-Closer, dann seid da dabei, wir haben einiges geplant. Max wird mitfliegen, mein Assistant, und wir werden da eine tolle Woche für den Saisonabschluss 2019 machen. Anmeldeschluss, 9. Oktober, wir haben noch einige Restplätze frei, für Interessenten. Schreibt mir, wenn ihr Infos haben wollt, an die eingeblendete E-Mail-Adresse oder geht direkt auf meine Webseite, die ich euch eingeblendet habe. Hier findet ihr Ausschreibung, Anmeldeformulare und alle notwendigen Infos, die ihr dazu braucht. Im Frühjahr 2020 gibt es wieder meine Trainingswochen in Vilamura. Die sind vom 8. bis 15. März und vom 15. bis 22. März. Auch hier habt ihr auf meiner Webseite die Ausschreibung, die Anmeldeformulare, alles was ihr braucht. Auch hier sind noch Plätze frei, allerdings werden diese Reisen sehr, sehr schnell voll sein, so wie auch letztes Jahr. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, zögert nicht zu lange, schaut, dass ihr euren Platz bekommt und dass wir die Saison 2020 gemeinsam starten können, mit einem super Training an der Algarve. Ein weiterer Punkt für den Winter ist dann natürlich wieder meine Trainingshalle, die ihr schon aus Videos von dem vergangenen Jahr kennt. Auch hier werde ich im Winter wieder unterrichten. Kurz vor Weihnachten werde ich hier starten und es wird bis Ende Februar gehen, die Wintersaison in der Halle auch hier. Wenn ihr zu mir kommen möchtet für ein Training, um den Schwung über den Winter zu verbessern, dann bitte auch meldet euch bei mir gerne. Wenn ihr Infos braucht, wie das abläuft, wie das ausschaut, gerne bitte an die E-Mail-Adresse. Einfach eine Info schicken. Jetzt möchte ich euch noch einen kurzen Ausblick geben, was nächstes Jahr speziell auf YouTube passieren wird. Es wird die Technik-Kategorie natürlich wieder erweitert. Ich versuche noch bessere Videos zu machen für YouTube, dass ihr eure Technik verbessern könnt, dass ihr trainieren könnt, so wie es bisher gewohnt war. Nur versuche ich, meine Videos wieder auf ein neues Level zu heben und diese deutlich auszubauen. Es wird Videoserien wieder geben, natürlich. Und aufgrund dessen, dass ich jetzt einen Assistant bei mir in der Schule habe, den Maximilian Marana, ein guter Freund von mir schon lange. Wir machen das jetzt zu zweit. Er ist jetzt ab sofort in meiner Golfschule mit dabei. Wird mir auch beim Unterricht helfen, bei den Trainingsreisen und so weiter und würde auch selber Privatunterricht geben. Und hier macht es natürlich es auch möglich, die Swing-Fix-Serie wieder ins Leben zu rufen. Dazu brauche ich von euch Schwungvideos. Also jeder, der einen Schwung verbessert haben will oder analysiert haben will mit Korrekturvorschlägen und Übungen, schickt mir eure Schwungvideos. Ich brauche zwei. Ich brauche eines Down the Line, das heißt entlang der Zielrichtung und eines Face-On, wo ihr die Kamera direkt auf euch gerichtet habt und bitte in Slow-Motion. Am besten mit dem Handy in Slow-Motion aufnehmen, dann ist das gut. Die Kamerahöhe oder worauf soll die Kamera zielen? Die zielt im Setup immer auf eure Hände. Das so als Tipp, damit ich so viel wie möglich mit diesen Videos anfangen kann. Das ist ein großer Punkt, der nächstes Jahr wieder kommen wird. Auch ein Punkt, den ich schon in der Vergangenheit mehr machen wollte, noch angekündigt habe, ist mein Golf. Das heißt, hier geht es um mein Spiel selber. Ich bin jetzt diese vergangene Saison 2019 eigentlich überhaupt nicht zum Spielen gekommen, habe heuer kein einziges Turnier gespielt. What a shame. Aber das möchte ich nächstes Jahr unbedingt ändern. Ich habe auch schon mich angemeldet für ein Pro-Am-Turnier Mitte-Fever in Villamora und das ist jetzt wirklich auch meine Motivation, im Winter wieder selber zu trainieren. Ich werde auch definitiv wieder bei Pete vorbeischauen in England und werde mit ihm wieder an meinem Schwung arbeiten. Schöne Grüße an dieser Stelle, Pete, auch wenn du Deutsch nicht verstehst, aber ich werde wieder kommen. Ich werde trainieren, ich werde in dieser Playlist meinen Golf, meinen Trainingsfortschritt dokumentieren. Ich werde euch da am Laufenden halten, wie das bei mir dann so abläuft, auch wenn ich dann spielen gehe und auf was ich da schaue, Kursmanagement, Technik und so weiter und so fort. Bei dem Pro-Am selber werde ich natürlich die Kameras mithaben und ich werde nächstes Jahr definitiv mehr spielen und werde auch auf der österreichischen Tour wieder mit einsteigen und werde hier auf jeden Fall wieder versuchen, mehr Golf zu spielen, weil es auch einfach etwas ist, das mir sehr, sehr viel Spaß macht. Gut, also das ist einmal der Ausblick auf Saison 2020, was YouTube angeht. Die Premium-Website habe ich schon erwähnt, was da alles neu kommt. Die wird richtig knackevoll nächstes Jahr, auch schon über den Winter und auf das freue ich mich ganz, ganz besonders. Soweit wisst ihr jetzt einmal das Neueste, was meinen Kanal, meine Website, meine Schule betrifft. Für jegliche Anfragen, bitte schreibt mir eine Mail, die Adresse ist wieder eingeblendet, besucht meine Webseite, kontaktiert mich, wenn ihr was von mir braucht, wenn ihr Infos braucht, wenn ihr Wünsche habt. Ein ganz wichtiger Punkt noch zum Abschluss. Ihr könnt mir bitte gerne Anregungen schicken, was ihr auf YouTube sehen wollt, was ihr für Videoarten braucht. Soll es mehr Technik sein? Soll es mehr Course Vlogs sein? Was auch immer es ist, schreibt es mir. Anregungen werde ich immer zusammenfassen, auf eine Liste packen und werde da auf jeden Fall diese in die Dreharbeiten über den Winter einpflegen und werde eure Wünsche natürlich berücksichtigen, denn ihr seid mein Publikum. Ihr seid die, die den Kanal so groß gemacht haben, wie er jetzt ist und ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder um das Gleiche wächst. Ich wünsche euch einstweilen noch einen super Abschluss in die Saison 2019, noch einige schöne Runden und einige gute Trainings. Plant euren Winter jetzt schon gut. Schaut, dass ihr euer Spiel verbessert über den Winter und dass ihr nächstes Jahr richtig fit seid. Ich helfe euch dabei auf YouTube, auf meiner Website und gerne auch beim Privattraining. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert bitte unten dran alles das, was ihr von mir wissen wollt, was ihr sehen wollt und so weiter oder schreibt mir eben wie gesagt eine E-Mail und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.